Fleisch, Klösschen, Frikadellen, wie heißen die hier? Kuletten aus Pferdefleisch. Das war natürlich ein großes Dilemma. Pferdefleisch war noch zu bekommen auf dem Schwarzmarkt, aber das war natürlich nicht koscher. Ich habe gemacht Kukuletten, zu lieber jedem, mit Pferdesbreit Kukuletten, so einem Menschenrecht zufrieden. Ich möchte auf der Böcke später stehen, wird das Klopp verstinken. Trinkt man auch ein Glöckeltei mit der Sacherinke. Bim-Bom, Bim-Bom, Biri-Bom, Bim-Bom, Bim-Bom, Biri-Bom.